Vailma ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Vailord. Vailma ist ein wahlähnliches Pokémon. Sein Körper ist kugelrund geformt, wobei die obere Körperhälfte blau und die untere Hälfte beigegefärbt ist. Es besitzt je eine breite blaue Flosse an den Seiten, welche in jeweils vier Abschnitte unterteilt sind. Der große Bauch ist mit drei dunkleren vertikalen Linien versehen. Das Gesicht setzt sich aus einem breiten Mund mit zahlreichen Zähnen und ein paar kleine Augen zusammen. Über den Augen liegen Vailmas Nasenlöcher, aus welchen das Wasser herauspusten kann. In seiner shiny Form ist die obere Körperhälfte des Pokémon in einem hellen lila getönt. Vailma erlernt durch Level auch die viele Spezialattacken, welche dem Typ Wasser angehören, sowie weitere physische Attacken und Statusattacken verschiedener anderer Typen. Es besitzt eine der Fähigkeiten Aquahülle, Dösigkeit und Erzwinger. Aquahülle schützt es vor Verbrennungen. Dösigkeit und Erzwinger sind die Fähigkeit verhindert, dass es in einem Anziehungsstatus verfällt und seit der sechsten Generation hat auch die Attacke Verhöhner keine Wirkung auf das Pokémon. Die Fähigkeit Erzwinger, welche Vailort als versteckte Fähigkeit erhalten kann, sorgt dafür, dass der Gegner beim Einsatz einer Attacke gegen Vailort einen zusätzlichen Angriffspunkt verbraucht. Vailma lebt im offenen Meer. Es ist sehr verspielt und liebt es Menschen zu erschrecken, indem es das Wassermeer oder das Meerwasser, welches es in seinem Körper speichert, wie eine Fontäne aus seinem Atemloch herauspustet. Manchmal behält es das Wasser jedoch auch in seinem Körper, denn so kann es sich zu einem Ball verwandeln, um an Stränden herumzuhüpfen. Es frisst täglich eine Tonne an Nahrung, das heißt, dass Vailma an seinem Land lebte, was durch seine Fähigkeit gedeutet werden kann, einige Zeit über Wasser zu überleben. Dabei ist Vailma der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Vailort auf Level 40 weiterentwickeln. Der wahlähnliche Körperbau, welcher das hauptcharakteristische Merkmal von Vailma darstellt und die blaue Farbe der oberen Körperhälfte, bleiben Vailma nach der Entwicklung erhalten. Jedoch wächst das Pokémon enorm und ist als Vailort über siebenmal so groß und mehr als dreimal so schwer, wie es in der Vorentwicklung war. Die vorher beige Färbung des Bauchs wird nun grau und statt zwei Seitenflossen mit Vailort nun sechs. Zusätzlich wächst auf der Hinterseite eine Schwanzflosse. Mit dem Typ Wasser gibt es dabei halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.